Oh nein, oh nein, ich wollte das Spiel nicht starten. B, wieder raus. Ja, ich bin nicht... B, B. Ja, ich bin hier gerade auf den Tasten am drücken. Ich weiß, es sind vier Tasten. Das sind vier bunte Tasten, das ist schon zu viel. Und ich hatte halt ja noch hinten... Oh nein. Also, ich muss einmal Ruffy einladen. Das ist die erste da oben. Und wo ist die Kim? Da unten, okay. Wird ja alphabetisch. Der erste ist wirklich immer ein D da oben, der da steht. Das will ich eigentlich gar nicht. So, seid ihr bereit? Ich habe übrigens die Kamera was kleiner gemacht, Leute. Weil ich meine, gestern war die Kamera etwas zu groß. Und wenn ich die Kamera ein bisschen stört, sagt ihr mir Bescheid, bitte, ja? So. Seid ihr bereit? Bei mir fehlt Kim irgendwie noch. Ich bin da. Äh? Ich bin bereit. Lustig, mir warst du gerade hier eigentlich angezeigt. 1979. Ähm, Leutnant Bär, Hallöchen. Böser Metal. Böser, böser Mittel. Dexter ist wieder nicht bereit. Ich lese immer gerade. Ich lese immer noch die Kommentare. Kennst du das doch? Halb, halb abwesend immer. Hm. Äh, Tom Haro, wann bin ich mal wieder in Deutschland? Ich weiß es nicht, ob ich dieses Jahr nach Deutschland komme. Äh, es ist mehrere Faktoren. Der erste Faktor ist natürlich der Herr Corona. Äh, zweite Faktor ist so ein bisschen, ähm, finanziell. Dass dieses Jahr auf der Arbeit ziemlich AA lief. Ne Triple AA. Triple AA. Äh, äh, ist schon scheiße. Deswegen. Ist Corona. Hallo, Stony Boy. Oh, ich... Kennt ihr das, wenn ihr, äh, wenn ihr ein bisschen schief gelegen habt, dass eure Schulter so ein bisschen eingerenkt werden möchte? Nein. Nicht? Nein. Du hast gerade geguckt, wie so ein Frettchen. Ja, und wenn du dann... Ich mach da ab, dann manchmal... Dann biege ich so lange in meine Knochen, bis du dann hörst, dass es dann macht. Aber richtig Auerlaut. So, los geht's. Heldmaschine, Hallöchen. Und los geht's. Ich werde ich sagen, was du gesagt hast. Weg, 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 weg. Ich bin echt letzter. Nein, du blöde scheiß Vogel. Nicht runtergefallen. Ich auch nicht. Ich bin auch ganz hinten. Ich musste an den ganzen vorbei. Ich, ich drückte auf der anderen Seite. Mein Rät gegen den Strom. Auer. Ich bin ganz vorne wieder. Ich bin wieder ganz vorne. Weg, weg, weg von den Liebesperlen. Geh weg von den Liebesperlen. Ach, Don. Nein. Nein. Juhu. Juhu. Ja, das ist doof. Das schaffst du. Das schaffst du. Ach, du blöder Vogel. Ich bumse den hinten. Ich meine, ich schiebe den hinten. Verschwinden. Yes. Also der Vogel ist vor mir gelaufen und hat sich. Nein, 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 nein. Oh nein. Seid ihr alle beide raus? Ja. Ja, gerade nicht so geschafft. Hat er voll von der Kugel erwischt. Jungs, wann seid ihr bereit? Kivo? Fabi? Seid ihr bereit? Wow, danke. Ihr lasst ihn, glaube ich, lieber alleine spielen, ne, Rafa? So frech wie der ist, ja. Ich sag ja, ich sag ja, ihr habt mir alles beigebracht. Jetzt wird das alles gegen euch verwendet. Danke. Gestern hat er so ein Sockenlob. Aber ihr habt mir alles beigebracht. Ihr habt mir alles beigebracht. Ihr seid so gut gewesen zu mir. Frau Garten. Hallöchen, guten Abend. Frau Garten. Frau Garten. Ich überlege mir jetzt gerade so, dass ich hier eine Frau mit einem Hut im Garten und, 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 äh, nein, eigentlich habe ich jetzt gerade ein anderes Bild gebückt und man kann ja den Ausschnitt gucken beim Garten. Aber das habe ich jetzt laut nur gesagt. Wo steckst du denn Sex? Ich bin hier, äh, der mit dem, mit dem, mit dem Football-Mütchen. Mit dem Baseball-Mütchen, ja. Mit dem Baseball-Kappel, genau. 9.321 ist er. Naja, ich gucke mir auch gerade zu. Oh mein Gott. Das, das kann ich irgendwie nicht so gut. Ich muss ganz ehrlich sagen. Nein! Ich kann das nicht so gut. Ey, ganz ehrlich, ich kriege das nicht auf die Reihe. Komm vor den Fall. Ja, Mann. Ich bin auch wie bei dem Karma gestern. Frau Garten. Sieh, ich kenne die Frau Garten entscheidend. Äh, sind wir raus, ja, ne? Ja, ich bin dann alle raus. Ich muss jetzt eigentlich Level 8 schon werden, ne? Oder, oder? Yeah, baby. Was ist A? Das ist die Taste unten, da, wo ich immer am meisten drauf drücke. Okay. Also schicke Streifen musst du bekommen. Ja, aber ich bleibe noch bei den Streuseln. Ach so, ich kann ja mal in den Shop, kann es kurz gucken. Was gibt es denn heute? Oh, das ist das? Beziehungsweise das, was gerade im Angebot ist, dieses, ähm, Geschosslinge. Das ist von, ähm, mal, Enter the Gungeon. Die kleinen Figürchen, gegen die du kämpfst. Die kleine Patron. Ach, da oben. Ach so, das ist eine Patron. Stimmt, ja. Aber das kostet echt viel, ne? Also, hier. Sagt dir das Spiel denn was, Text? Ne. Wie heißt das Spiel? Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. Ne, ich sag mal nicht. Enter the Dungeon oder Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. Okay. Du musst dich dann mit Kanonen gegen Patronen hauptsächlich bewähren und dich dann dadurch empfühlst. So war es wie ein Dungeon Run Game. Das war Isaac oder sowas. Ich habe gerade was gekauft. Guck mal. Ich habe jetzt Raptor Füße. Ich kann jetzt. Jetzt kommt langsam der Dinosaurier zu mir. Jetzt kommt der Dinosaurier zu mir. Mitschwanzieren. Mitschwanzieren. Ja, jetzt kommt es wieder. Jetzt kommt es wieder. Dex hat den längsten jetzt im Moment. Wow. Pass auf, dass du den nicht auch abgezogen. Also kein Panther. Das wäre lustig. Immerhin hat er mal einen, ja. Was? Welche Seite kommen die Schwänze, die hier mal an, die Kim, die wird frech. Hier, komm mal her. Schwänze, Schwänze, Schwänze. Also sowas. Rafa ist noch nicht bereit. Auch bin ich. Ich finde das Wolfskostüm echt so süß. Also es ist nett, aber ich finde das immer so schrecklich, wenn der dann, wenn das Wolfskostüm läuft und dann der so nach hinten kippt und nicht mehr nach vorne kommt, weil er irgendwie das Gleichgewicht verliert. Ich bin doch süß. Besser als das Taubenkostüm, das ich auch für mich mache. Oh bitte, du magst Schwänze? Dann ist das genau das richtige Spiel. Wir haben gestern um dich. Also es wird hier wohl an den Schwänzen gezogen. Und du musst dann deinen Schwänz wiederbekommen. An den Schwänzen gezogen. Die Eier wurden geklaut. Ich bin ja, ich habe das ja übrigens bei YouTube schon hochgeladen, die erste Folge. Ähm, mal gucken, bis sich da irgendjemand von irgendwer, irgendwoher beschwert, dass ich da mindestens 7000 Mal Schwänze schreie. Und auch noch so richtig lauthals raus. Schwänze. Das ist ja auch das Spiel, das regt ja an, Schwänze zu ziehen. Ach Quatsch, das ist einfach so bekloppt. Nein! Nein! Du kannst so bald einmal die Tür vor der Nase zugehen, ne? Aua, aua, steh auf, nein. Komm da runter, komm da runter, komm da runter. Warte, ich stelle das Tür auf. Was, willst du dich verarschen, Mann? Mann! Ich bin durch. Ich stand auch gerade dieses gefühlte 30 Sekunden vor einer Tür und steht vor dem Haus und kommt nicht rein. Oh nein. Nein! Oh, ich bin verletzter. Oh Mann, ich komme hier nicht vorbei. Ich werde letzter, ey. Ich schaffe das überhaupt gar nicht. Hab's heute nicht mit dem Timing irgendwie. Äh, ich hab's geschafft. Oh, ich bin insgesamt gefühlte 30 Sekunden vor der Tür gestanden. Scheiße, hab ich... Oh, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Hab dich immer von der letzten Sekunde gesehen, wie du denkst, die Tür auf der Tür gestanden bist. Wer ist rausgezogen? Ja, wir beide. Kim ist drin? Mhm. Kim hat eine Nummer 1979, hab ich gesehen, glaube ich, ne? Jep. Äh, nicht, keine Erwartung. Ich spiele das Spiel seit gestern. Abend. Nee, Carpenter, ich glaub heute, ich bin nicht so sicher, vielleicht murmeln wir ja auch, aber ich denke eher nicht. Oh, das ist das Spiel mit den Schwänzen. Ha, da kommst doch. Was hat das gehört? Boah, das ist ja vorgeschworen, Dex. Ja, ich wollte jetzt nicht da mitspielen, weil ich hab ja meinen eigenen Schwanz dabei, deswegen... Meinst du, das war unfassbar? Hab ich echt nicht dabei? Wo bist du? Welche Nummer hast du eigentlich, Tim? 19,6... 19,19... 19,1979. Hab sie gefunden. Schon. Aua. Ja, sie lässt sich gerade vor dem Hammer durch die Gegend bauen. Das ist also in Familie hier. Wo bist du denn? Da ist er. Na. Erst wurde es geklaut. Komm, Kim. Jetzt darfst du öffentlich an den Schwänzen rumgrabschen. Aber lass dich nicht grabschen. Kim hat einen Schwanz. Das hört sich irgendwie ein bisschen makaber an, ne? Aber es passt zu Wolfskopf. Ja, passt. Ich finde, der Schwanz passt zu Kim. Solltest immer einen Schwanz tragen. Hol dir den Schwanz. Ich frage sie nur, wo der festgemacht ist. Ob egal, natürlich ein Talotill. Ich weiß noch, wie das bei solchen Schwanz... Achso, das ist mal ein... Ähm, wie das bei solchen Leuten funktioniert. Bär, danke schön. Sieben Monate. Boah, das geht aber echt immer. Ja, wer hat der den längsten? Wer weiß ich? Vielleicht sind das ja ganz viele Frauen und der eine hat den längsten. Du wirst da irgendwie... Boah. Nein, ich hab kein Schwanz. Nein. Nein. Aua. Aua. Bravo, da. Kalöchen. Guten Abend. Los, komm, Kim. Wie im Real Life. Den Schwänzen hinterher. Ich meine, äh, äh, äh... Du weißt ja, was ich meine. Jetzt. Jetzt. Bravo, vier. Jetzt fein heilige noch für immer 30 Sekunden. Bleib da. Bleib, 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 bleib. Nein, 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 nein. Nein. Geh wieder da hin. Nicht gegen den Strom laufen. Ja, danke, das hab ich gemerkt. Aber? Team ist gerade in Führung. Das ist gut. Ja. Lauf weg, der Grüne bitte. Das war mir dein... Das war mir dein Glück. Nein. Nein. Was war das? Das war das jetzt? Taluxino. Tschau, Leute. Schlaf gut, wieso bist du gerade gekommen, bist wieder weg. So schnell. Hat geschafft. Hat es am Ende einen Schwanz gehabt oder nicht? Das ist das Wichtigste. Ich zocke auf keiner Konsole, ich zocke aber hier mit so einem Xbox 360-Controller. Oh nein, das kann ich nicht. Gestern das erste Mal ausgepackt. Und das sieht man, glaube ich, auch in der ersten Folge von Fall Guys. Da bin ich aber echt nicht weit gekommen. Das fand ich echt schwer, das da. Ja, das ist auch nicht leicht. Vor allen Dingen, wenn du runterfällst, bist du ja gleich raus. Direkt raus, ja. Ach, hab's nicht wieder gefunden. Achso, ich muss dich ja wieder so verschieben. Das ist immer doof, dass du dann immer auf einen anderen geht. Nee, das ist nicht Kim, die es zugeschickt. Danke. Zu graziös ist das. Blöde Kuh. Kannst du nicht hoch, kannst du nicht hoch, kannst du nicht hoch. Man muss drumherum laufen. Drumherum, nicht die Kugel. Soviel dazu, Rafa, das war Karma. Der Wolfskopf. Ja, dreh dich im Kreis. Und soll ich mich in die blöde Nuss nennen oder mich festhalten? Hat Dex schon gemerkt, es gibt ein schlechtes Schamhaar. Was, das gibt ein schlechtes Schamhaar? Du hast Schamhaar gesagt. Ich hab kein Schamhaar gesagt. Das gibt ein schlechtes Schamhaar. Das gibt ein graues. Dex, putz deine Ohren. Nein. Man merkt sofort, ne, Kim ist Zappelphilip. Die kann nicht auf so einer Linie laufen. Und bis, tschüss. Tschüss. Wird einfach so raus eliminiert. Ich kann das gut, aber nicht unterdrücken. Dann geht doch schnell auf Toilette. Wir warten. Wow. Hallo Glutak Lady, allöchen. Konzentration. Was geht's? Schon so schnell? Oh, ich komm gleich zum Hühnerkostüm hier. Taubenkostüm. Ja, ich hab ne Krone. Sweet. Hallo Nico. Ja, ich hab noch gerade was geguckt. Aber ich glaub, ich bleib bei der Farbe. Ich find die ganz hübsch. Der hat so ein schön glanz. Ich will die Mütze ausziehen hier. Diesen Baseballschrott. Aber, äh, ich hab jetzt im Moment noch nichts anderes. Den Wolfkopf find ich nicht so toll. Kim kann nicht auf den Strich gehen. Ich frag mich, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das, äh, weiß ich nicht. Beides? Ich, äh, ich kann, äh, Kim kann. Oh Mann. Hm. Ach, schon wieder das mit den Türen. Hm. Das müssen wir nochmal intensiver besprechen. Hm. Das würdest du wohl gerne. Ach, denkst du stehst direkt neben mir. Die Ersten werden die Ersten sein. Nein. Ha. Oh, ganz schön. Nein. Nein, das ist doch vorbei, Mann. Ich geh... Ich mag das nicht. Ach, Mann, Aua, 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 die wird mich ergebnisst. Oh, nein. Yes. Ja, das ist aber echt anstrengend. Nein, ich darf nicht mehr. Oh, das war aber echt anstrengend. Ich bin nicht heiliger für dich an. Ich bin zu doof heute. Was ist los, Raffi? Wärme ist schuld. Das ist zu warm. Kann man nicht denken. Nachts auch sowieso. Ich hab ne Klimaanlage. Juhu. Ich hab hier noch zwei Wunde, die hecheln und das noch wärmer machen. Ich kann mir so vorstellen, so zwei Dobermane auf links und rechts, so, mit der Zunge mit draußen. Zeig mal so, der eine ist nicht viel kleiner als ein Dobermann. Okay, was ist das für einer? Ein Berner Senner. Nee, ein schwarzer Schäferhund, Labrador und wie heißt der? Riesenschnauz. Wahrscheinlich. Also so ein Mischling. Weißt du, wie die Mischlinge in Italien genannt werden? Bastarde. Ja, das ist ziemlich. Ein Bastard ist das also. Sag mal so, meine ist tatsächlich ein, ähm, ein Straßenhund aus Rumänien. Oh, schön. Hast du einen mitgenommen? Mitgenommen hab ich sie nicht, aber sie können sie mitbringen lassen. Ja. Na, sie war am Tierheim. Und da hab ich sie mitgenommen. Ich bin der, der das Spiel kann. Oh, da, da, da. Boah, es sind so viele noch vor mir. Los, 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 los. Oh, das sind die Mischlinge. Oh, nein. Okay, bye, bye. Ähm, jetzt sind wir zwischen den Rotoren gerade gekommen. Ich hab, wenn ich mich gerade gedreht, äh, gedreht habe, meinst du? Ich kippe gerade. Achso, ich kippe. Fand ich auch guter Lauf, ne? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, gestern mit Ruffy und Kevo, das war das perfekte Dreamteam. Wir haben ja eigentlich alles erklärt. Aber wir haben noch einige Maps nicht gespielt und die kenne ich echt nicht. Und da hab ich irgendwie so ein bisschen Angst vor. Dann brauchst du ein, zwei Maps, die hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Zum Beispiel das mit einem Ring hatte ich noch nie. Weil du das mit dem Hochspringen vor den Stock springen musst. Naja, ich glaube, die kommen auch relativ selten. Die hatte ich auch noch nie. Was ich ganz oft habe, sind diese knackten Wippen. Ja, die Wippen machen auch Spaß. Oh, da ist Fallobst. Oh, oh. Fall, oh, Fall, Obst. Weil das so absolut random ist. Ich hab das nicht einmal geschafft, bis ich hatte mir den Fallobst. Ehrlich? Ich schon. Aber ich hab's auch schon geschafft, absolut Letzte unten im Schleim weg zu sein. Ich hab eine Bockwurst vor mir, da kann ich ja nur gewinnen. Oh, ich glaube, ich gucke gerade der Bockwurst schon auf den. Oh, da bist du, Dex, Dex. Das war nicht, Dex. Aua. Direkt von der... Voll unfair. Ich war direkt von der Melone über den Haufen geklatscht. Da hinten ist Dex, Dex. Pass auf, die Blaubeere. Nein! Dex. Aua. Sind wir alle raus? Ja, wir sind alle raus. Aua. Aber das war ja auch gerade... Ich bin gerade erst runtergesprungen. Ich bin wirklich gerade runtergesprungen. Ich krieg schon direkt eine Melone auf die Birne. Und die hab ich rausgekickt und dann war ich raus. Aber war jemand der Meinung, du brauchst ein paar Vitamine, Dex. Oh, so schnell? Habt ihr alle schon gedrückt gehabt? Ja. Oh. Lange geworden. Ähm, ja. Vitamine und viel Pipi machen. Ach so, auch das. Das hat die, die wieder runtergesprungen. Die Wassermelone. Ja. Flutsch und weg. Flutsch. Ja, ich glaub, die Smarts vor uns, die verkannten sich eher jetzt, die heutzutage großen Dinger. Der Gerät ist immer groß. Ich glaub, die werden so langsam auch wieder kleiner. Die Kamera eigentlich groß genug oder soll ich die kleiner machen? Wo ist das natürlich? Die hat eine gute Größe. Ach so. Internet-Parcours. Ach so, okay. Ja, stimmt. Ich mach das gleich nach der Runde. Wenn ich natürlich gewonnen habe, dann stelle ich die Kamera ein bisschen runter. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Da ist nämlich immer, da sieht man nämlich die, die Zahl. Genau. Oh, ich bin ganz hinten. Na toll. Nein! Halt auf zu schubsen, Mann! Ich wurde runtergeschubst. Hast du eigentlich eine Möglichkeit, schneller wieder aufzustellen, wenn man hinten gefallen ist? Nee. Ich schubli. Frag mich mal. Ich kann's am besten, dass ich die ganze Zeit durchrolle, wie so ein Rollmops. Wann kommst du noch vorwärts? Baut durch. Lass mich durch. Nein, liebe Skugel! Tschüene, liebe Spärle. Nein, Mann, ich kriege jetzt hier jedeピos-Pärle ab, Mann! Ich bin hier liebesgeperlt. Weg, 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 weg. Ja, ich bin durchgekommen. Ja, ich bin auch durch. Wir sind noch nicht im Ziel. Ich muss noch nicht im Ziel. Dexter ist auch durch. Hast du es? Ich muss die Kamera ein bisschen verschieben. Vielleicht schaffe ich das ja noch, bevor ich die nächste Runde losgeht. Das wird knapp. Ich mache das gleich. Gleich im Menü machen wir das, okay? Sonst bin ich dann draußen, verschiebe die Kamera gerade, dann ist alles verschoben und schief und schäle und dann geht das Spiel los. Ich kann mir das richtig vorstellen, der Rahmen auf meinem Gesicht. Ja, in der letzten Sekunde sollte man sowas nicht mehr umstellen. Machen wir gleich, wenn wir alle drei wieder rausgeflogen sind. Ach, nicht schon wieder. Achso. Das ist super. Die finde ich super, die Karte. Ich will erster sein. Ich will durch die Wände oder gegen die Wände knallen. Ich wollte gerade sagen, es ist wieso mal sinnvoller als Zweiter oder Dritter zu warten, dass irgendjemand gegen die Tür geknallt ist. Nein, das ist das. Der Meisterspaß macht das. Du musst einfach... Jetzt braucht man so ein Einhornkostüm oder so ein Stierkostüm. Oh, ich gehe da vorne, ich gehe da vorne, ich gehe da vorne. Das ist die dritte. Die dritte von links. Ich sehe das. Geht durch die dritte von links. Nein. Alle gegen. Die hören doch alle auf mich. Jetzt lass mich vorbei hier. Nein. Du Scheiße. Ups. Alle hören doch auf Dexter. Sind die alle doof? Ja, nein. Schaut auf mich zu schieben. Ich will doch nur durch. Man geht auch seit ihr. Ihr Kuhn mit ein Klümpchen. Ja, ihr Kuhn mit ein Klümpchen. Was sind das eigentlich für Klümpchen? Ich weiß nicht. Peanuts. Hey. 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 Ich bin letzter. Ich werde die ganze Zeit nur geschubst hier. Ich habe eventuell so noch eine Chance, bis jetzt kommen. Los. Ich bin, glaube ich, letzter. Aber ich glaube, das sieht gar nicht so aus. Ne. Ich bin eigentlich einer von vorne. Ja, ich bin durch. Ja, ich auch. Sehr schön. Wir sind alle durch. Die dritte von links ist das. Alle gegen. Bratsch. Das sah aus. Bratsch. Aber ich habe wenigstens einen Helm an. Da bleibt wenigstens noch so ein bisschen was von den grauen Zählen übrig. Die sind bei mir übrigens bunt. Hallo Alpha Carnivore. Bunt und in Farbe. Zartes Fleisch. Ach nee. Immerhin seid ihr nächstes Mal auch da. Oh, okay, okay, okay. Das kenne ich. Das mache ich jetzt. Ich habe gerade gesehen, wie die Kim abgelostet hat. Das muss ich das können. Ey, irgendwann bin ich bei der Runde da vorher nicht rausgeflogen. Ich bin an der gleichen Stelle übrigens auch rausgeflogen. Ein Knuck. Jetzt das mal. Durch. Nein. Verdammt, das drängelt ihr. Könchen. Nein, der Schleif kommt. Hä, wir sind die da auch gekommen. Ja. Man kann auch das nächste springen da drauf. Aber ähm, ich bin da gar nicht drauf gekommen. Und Schleif ist live. Schleif, steig. Schleif, schleif. Aber noch mit Tastatur spielen. Ja, kann man. Ich weiß die Steuerung nicht. Nein. Mano. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich muss da durch. Oh nein. Das ist das nächste. Das ist das nächste. Mannee, das geht doch gar nicht. Ich hab das denn. Das ist doch scheiße. Zwei Mal habe ich das jetzt versucht. Verdammter Hacke. Oh, Alter. Musst du mir da... Jetzt bin ich schon fest. Das ist doch neuer. Wer ist noch drin? Ich bin auch drin, ja. Du bist drin, Kim? Nee, ich bin auch raus. Warte, warte, warte. 2,64 war das, ne? Ja. 20,64. Oh, direkt du. Hast du das gleiche Kostüm wie ich? Hast du volles Kostüm? Nee, dann bist du das nicht. Nee, 20,6. Pinker Ball. Mit, 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 mit. Ah, sowas. Das war echt knapp. Das ist echt hart. Das ist aber echt voll die schwere Karte. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nicht rutschen, nicht rutschen. Das ist im Glück hast du ABS. Achtung. Oh Gott. Ja, du schaffst es. Boah, nur 19 dürfen ins Ziel. Die wissen, glaube ich, ganz genau, dass da alle ablusten. Nein, es sind nur noch 19, glaube ich, übrig geblieben. Meinst du? Ich glaube, 19 dürfen, ist, glaube ich, nur 10 übrig geblieben. Ja, ne, 12. Ja, 19 dürfen durchs Ziel. Aber es sind nicht mehr 19 durchgekommen. Meine Herren, ey. Hat die Hälfte schon rausgelogen ist vorher. Also ich kann ja die Karte mal ganz kurz runter sch... ähm... meine Kamera unterschieben. So fast kommt das nächste. El grande finale. El grande finale? Ja, ach so langsam und gleichmäßig. Ach so das. Du musst ganz langsam machen. Du musst halt so lange, wie es geht, so vor allem Einxer kommen bleiben und dann zum nächsten hüpfen. Solange es nicht zu viele Leute sind. Ja, wenn es zu viele Leute sind, musst du erst mal laufen. Das ist super schwer, Leute. Also ich, also ich kann das nicht. Guck mich vernext. Ich kann das nicht. Oh nein. Halt durch, halt durch, halt durch. Ja, super. Nein! Ist egal, ist egal, ist egal. Halt, halt durch. Nein! Nein! Du hast genug Zeit, um dich auch hoch zu hechten, ne? Ach so, hast du gerade getan. Ja. Oh, was war das denn für ein Wacken? Oh nein. Oh nein, der klaut dir die Teile. Oh nein, der klaut dir die Teile. Oh nein! Egal, halt dich, halt dich, halt dich oben. Und... Oh, das war hart. Hart, aber herzlich. Dann passt das ja. Nein! Nein! Ah, du bist auch so gelb. Die ist noch nicht ganz unten. Gucken, da oben sind da schon, sind da noch welche da oben? Da oben sind noch welche am hüpfen. Gibt's noch welche, die oben hüpfen? Ja, du hältst länger durch. Okay, das machst du gut, das machst du gut. Sind da oben noch welche? Weiß das jemand? Also, ich bin gerade im Stream. Also, ich guck im Stream und das sind gerade neun von elf. Das heißt, noch zwei und die sind beide unter, Raffa. Oh, das ist gut. Also, eine Ebene weiter unter. Oh, Raffi, das wird dann Sieg. Ja, go. Nein! 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 Scheiße! Oh, keine Gefahr! Passiert. Ah! Du warst, glaub ich, Dritte. Oh, mit dem Moment sind die Haubuntergefallen. Wie bereits gesagt, passiert. Boah, das war super gemacht. Also, ich kann das mal gar nicht. Dankeschön. Ich hab mir das einfach mal angewöhnt. Ich beobachte manchmal andere Spieler, wenn ich mit dir zusammen spiele. Da kommen sich ganz interessante Tricks noch mal abgucken. Da kommen sich ganz interessante Tricks nochmal abgucken. Hm. So, ich geh nochmal ganz kurz in den Shop. Ich will nochmal gucken, was man sonst noch so kaufen kann. Mit dem Kauflausch. Kauflausch. Kaufrausch. Bananawater. Was ist denn das? Epic. Was ist denn das? Bananawater. Was ist denn das? Ich hatte ja gestern meinen ersten Sieg und das war aber nur Glück. Ich sag wirklich, das war Glück, weil ich bin gleichzeitig mit dem letzten runtergefallen. Und er ist vor mir ins Wasser oder ins Elimination-Zeugs-Slime gefallen und ich bin danach. in die Wippen verfluchtest. Oh, die Wippen. Oh, die Wippen. Oh, die Wippen. Oh, die Wippen. Die ist auch auf Englisch. Oh, ich hab's immer noch auf Englisch stehen. Ist auch eigentlich Wurst hier. Ja, welchen Text gibt's denn? Oh nein, ich bin doch noch ganz hinten. Bananawater. Das muss übersetzt werden. Oh, ich bin hier, ich bin hier vorhanden von der Masse. Ja, die tut. Oh, nein. Ich fall direkt von der Zweite. Äh. Bin auch runtergefallen. Hä? Bitte, hast du jetzt aufgetaucht? Ja. Offensichtlich. Komm wieder runter. Komm wieder runter. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hahaha. Der hat den einen voll runtergeblockt. Jetzt kommt nicht runter, das Teil. Wer ist mit mir eigentlich hier? Das ist die Kim, ne? Kim, du bist auch hier. Du winkst grad, ne? Ja, ich mach grad alle wirklich Nemots. Nein! Aua, aua, aua! Hopp, 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 hopp. Nein! Och, alter. Wir kriegen Leute die Lage mal so schräg halten. Oh, ich fall wieder in diese blöden kleinen Kanten rein. Ich bin auch echt voll der Vollhengste. Du warst grad direkt vor mir, Decks. Lauf, du blödes Hund. Oh, das Hund sieht aber cool aus. Oh, vier sind schon, fünf sind schon im Ziel. Ja, die waren ganz vorne und kamen durch, bevor hier die Wippen sich... Äh... Naja. Schräg gestellt haben. Hey, warum, warum, warum? Warum springst du so bescheuert, du komik in Nuss, du? Versuch mal nicht auf die nächsten Wippen zu springen, wenn du's vermeiden kannst, sondern versuch mal zu fallen, dann taumelt der nicht so. Ich geb mir Mühe. Also das heißt, ich werd's natürlich nicht machen. Weiß nicht. Ja! Ja! Nein, 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 nein. Ich steck da gerade nicht drüber, komm mal. Ja! Ja, das bist du, Kim? Vor mir? Sprich! Nein, hör auf! Mach das nicht! Na, die laufen auf der anderen Seite alle rein! Ja, ich hab's auch noch geschafft. Auf der anderen Seite, konntest du doch nicht sehen, ob da welche waren. Und dann laufen da plötzlich 40 Typen rein! Und dann laufen da plötzlich 40 Typen rein! Und dann raff er bis zur Orte? Voll längs, genau! Und dann raff er bis zur Orte? Das ist halt die Anzahl. Das Huhn war ein Einhorn. Oh, das war ein Einhorn! Das sah aus wie ein Huhn! Okay! Ich will Fußball spielen! Ich nicht! Ein Einhorn, das lässt er, kannst du dir auch mit Punkten freischalten, also mit Leveln! Okay! Teamspiele sind immer anstrengend! Eisbär, hallöchen! Ich warte ja darauf, dass... Ein Einhuhn! Ein Einhuhn! Ha! Nein! Fallout! Ich kann das nicht! Gibt's da kein Cheat oder sowas? Fly-Mode, an! Hm, warum legt mein Controller? Kann sein, dass er gleich keine Batemarie mehr hat. Andererseits hat er das schon ein paar Mal gesagt. Ja, das läuft immer noch. Ich kann das nicht! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich kann das nicht! Das Problem ist... Oh, ich bin raus! Ich wollte euch noch zugucken! Oh! Oh, Dax! Scheiße! Rafa, bring dich mal um! Nein, nein! Nein, nein! Was ich da immer so blöd finde, ich muss die Kamera einmal mit drehen! Für euch alle Konsolenspieler ist das für euch ganz normal, dass ihr die Kamera dreht! Ich werde verrückt mit diesem zweiten Analogstick hier! Scheiße! Ja, ich hab' aber auch Probleme mit! Ich bin normalerweise auch eher mit Masse und Tastatur! Dann fummle ich so! Mess! Ich wollte das eigentlich... Wieso bin ich denn nicht rausgegangen? Weil die Tastatur hab' ich denn jetzt schon wieder gedrückt! B? Zu viel gedrückt! Ja, B habe ich bestimmt gedrückt! Rafa, du bist noch drin! Da was! Ich bin noch Donner! Na, Frafi! Du musst nur noch drei überleben! Dex, du bist der Hammer! Warum? Denn? Boah, dieses Rollout, das kotzt mich hier an, ne? Das krieg' ich einfach nicht auf die rein! Wie kommen wir denn hier wieder zurück? Wie heißt denn die Taste hier? Ja, qualifiziert sehr schön! Nein! Seh' ich das alles nicht! Kann man da nochmal zurück oder sowas? Wie komm' ich denn eigentlich hier wieder zurück? Na dann nicht! Nee, bist du sicher? Wohl, du kannst mal ins Menü gehen und dann vielleicht mal auf Y drücken! Vielleicht kannst du da irgendwie zuschauen! Group-Menü! Leave Group, Close-Menü, Invite-Player! Nee, geht nicht! Na dann geht das leider nicht! Wir gehen mal wieder zurück mit B, ne? Bis später! Schleimkratzler, das ist doch was für dich, Rafa! Auf der aufsteigenden Lava hinten vorne! Das ist irgendwie hervon... Also bei mir steht Schleim! Bei mir steht Lava! Wuhuhu! Lauf dem Schleim davon! Und erreiche die Zählinie! Lauf dem... Lauf der aufsteigenden Lava davon! Oh! Bei mir steht... Keine Ahnung! Ist ja auch egal! Ab Level 19 kriegst du die Hälfte Wurst! Und ab Level 22 die andere Hälfte! Da ist Rafa! Los! Lauf Rafa! Du schaffst das! Nein, das leben wir erst nicht! Hoffentlich gewinnst du jetzt nicht! Ach doch, doch! Du sollst aber auch gewinnen! Danke! Du weißt doch was ich meine! Säbelzahntiger! Level 36! Säbelzahntiger! Nicht schlecht! Und Level 40! Aber ist alles soweit am Ende! Da kommt doch kein Mensch mehr hin! Ist eigentlich schon jemand, der das durchgespielt hat? Durchgespielt? Ich glaube nicht, dass es durchgespielt gibt! Säbelzahntiger! Vom Level! Was macht der Feld nach hinten? Bist du gegen die Mottensprung? Nein! Das selber zu uns eher... Also ich kann übrigens noch mal zeigen, wie das aussieht! Pass auf! Man kann ihn ja auch mal ganz kurz anziehen! Erstmal so hier ist eine Wurst schon cool, ne? Wurst ist gut! Wurst ist einfach beste! Hier ist das Hühnerkostüm! Brrschwuvluco! 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 Hast du geschafft? Nein, noch nicht. Aber es fällt gerade wieder runter. Sie ist aktuell noch in der Möglichkeit, dass du... Nein! Sag jetzt nicht, du bist rausgefallen. Ja, ich bin rausgeblumpt. Habe in den Schleim. Weil sie nicht aufgepasst hat. Stell dir einfach vor, das wäre Vaseline. Alles in Ordnung. Aber bevor wir gleich weitermachen, würde ich sagen, würde ich mal ganz kurz mal neues Eis mit meinem Getränk, dass es mich irgendwie geschmolzen. Mach das. Dirk, danke schön. Viele Grüße nach Aachen zurück. Schön, was machst du? Wer bist du? Es gibt schon Hardcore-Spieler, die erst ein paar Tage schon durchschauten. Okay. Savas, danke schön für zwei Monate schon. Guten Abend, ihr auch. Ja, es gibt viele Hardcore-Spieler, die jedes neue Spiel nach ein paar Tagen schon durchhaben. Igid, Vaseline. Komm, du kannst das Eis essen, währenddessen wir laden. Los! Was hat das ausgemacht? Ich wollte doch gar nicht die Klimaanlage ausmachen. Ich wollte ja die Temperatur was runterstellen. Mir ist nämlich gerade warm. Weil ich gerade die Wurst gesehen habe, da habe ich Hunger bekommen. Ich kann ja übrigens mir mal schon langsam ein Bierchen aufmachen, währenddessen die Ruffy an ihrem Eis schlabeliert. Schön lecken, ja? Ruffa ist nicht da. Die hört doch bestimmt zu. Die hat sich nur gerade verschluckt. So, Kronkorken ab zu meinem schwarzen Magnetkugel-Abbild. Ah, da bin ich wieder. Prost. Das ist doch nicht schöneres als das klappernde Geräusch von Eiswürfel in deinem Glas. Los, drücken Sie. Mir, warten. Du musst mal kurz trinken. Nein, nein, nein. Jetzt müssen wir eh noch warten. Jetzt kannst du trinken. Jetzt, genau. Siehst du, wie ich das auch gerade machen. Ich trinke nicht gegessen, aber das passt. Die Kamera ist eigentlich besser. Jetzt müsste man hier oben eigentlich sehen, was da so abgeht, oder? Man sieht schön. Aus Dänemark. Tigerkatze, schön. Was machst du in Dänemark? Ich denke mal, Urlaub. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Schön. Wie ist das Wetter denn dort gerade? Oh, oh, oh. Mir ist warm. Ähnlich wie hier. Oh, es ist nicht warm. Es ist warm, aber es sind ungefähr 6 Grad weniger als hier. Also da, wo ich jetzt wohne. Dänemark müsste ähnliches Wetter wie hier in Hamburg haben. So weit im Stand ist das ja noch. Bischen kühler noch. Ich war ja in der, sagen wir mal so, ich war so nahe dran, dass ich ständig auf meinem Handy will kommen in Dänemark. Hier sind Ihre Preise fürs Ausland. Oh, ich bin Erster. Da kann ich wenigstens über die Wurst laufen. Ich meine, über diese Rollmops. Oh, keiner vor mir. Nein, hey, er hält mich fest. Du bist schon ein Priester. Nein. Er hat mich festgehalten. Mann, ey. Darunter geplumpst. Los, 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 los. Einfach durch die Tür durch. Komm, ihr müsst doch nur schieben. Schieb das Ding auf. Oh nein. Gehen wir durch die Mitte. Gehen wir durch die Mitte. Gehen wir durch die Mitte. Durch die Mitte. Durch die Mitte. Au. Du musst so einen Heldsprung durchmachen, wenn du nicht durchkommst. Boah, hier wird man nur geboxt. Aua. Und gekugelt. Oh, 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 oh. Nein, das war's. Oh, oh, yes. Das war's. Ja, neunte. Schaffe ich das nicht mehr. Wenn man nämlich einmal gekugelt. Ich hoffe, dass ich noch mit quache. Wenn du noch einmal gekugelt wirst, ist es vorbei. Nein. Ne, 39, 44. Oh. Und das war's. Nein, ich muss so kurz kommen. Einmal gekugelt, ist vorbei, das Ding hier. Seid jetzt beide raus. Ja, ich war so. Ich häng doch schon mit dem Wolfsdruck, wenn du das Ding hier drin bist. Oh nein. Green Panther, lösen. No. Safina, danke schön fürs Follern. Scheiße. Mann. Die Karte kann ich eigentlich ganz gut. Das war immer fast du. Das wird gleich so weitkönig hier. Ich hatte einen schlechten Lauf, das hat sich, glaube ich, geändert. Oh Mann. Sehr schön, Dirk. Das lobe ich mir. Nicht nur bei YouTube mal, nur dort rein zu gucken, sondern auch mal bei Twitch. Wer ist noch eigentlich am Leben? Raffi. Raffi. Raffi war 2064 oder so was ähnliches. Ja, 46. 46. Genau das, was ich gesagt habe. Mir ist ja jetzt gerade ein präziser Spruch eingefallen, aber das lasse ich jetzt. Hä? Du machst das aber gut mit den Türen, ne? Danke. Ich kann mir so richtig im echten Leben vorstellen, wie die Raffi durch die Tür geht. Immer mit dem Kopf von nach vorne. So jumpend. Und sie schmeißt ihre schwere Tasche voraus. Oh, Junge. Bauchplatscher. Sehr schön. Ja, durch. Sehr nice. Fabi? Man kann doch nicht zu sechs spielen. Fabi meint, man kann auch zu sechs spielen. Äh, theoretisch. Ich denke, Fabi meint das so drei und drei Gruppen. Aber das Problem ist, das wird immer zufällig generiert. Man weiß nicht, ob man zusammen spielt oder nicht. Ja, sonst wird das ein großes Durcheinander, Fabi. Wir schaffen das nicht, zusammen zu kommen. Deswegen machen wir das lieber zusammen. Außer, wenn du sagst, wir kommen wirklich zusammen, dann ist es okay. Aber sonst, wenn ihr jetzt in einem anderen Game unterwegs seid, dann passt das nicht. Dingsbums. Atze, dankeschön. Sechs Monate. Wir kommen im Klub wieder 23. Oh, super, Raffi. Das kannst du voll gut, ne, Raffi? Mit dieser... Da musst du mal nur rechtzeitig aufpassen, dass man die Seite wechselt. Ja, das hat... Letztes Mal bleibt immer so zwischen zwei Seiten einfach nur. Ne, letztes Mal bin ich nicht rausgefallen, weil so ein riesiger Abgrund kam. Mal immer noch aufpassen, es gibt so Leute, die halten einen immer fest. Ja, aber meistens fallen die mit rein. Lieben ist es dann einfach nur Chaos zu verursachen. Du kriegst es aber auch gut hin mit. Ich kann das nicht mit der Kameradrehung. Und dann muss ich noch laufen. Oh nein, nein, nein. Nein! Ich bin rausgeschoben. Ich hab's gesehen. Saurei, ey. Schiebung. Das ist Schiebung. Aber ich komm 15 Punkte pro Ball hier an Level 6 ran. So, ich bin fast Level 12. Level 12. Hast du heute nochmal gespielt? Äh, ich wohin nicht. Mein Freund hat schon ein bisschen gespielt. Mit deinem Account? Ja, wir teilen uns doch einen Account. Ach so. Ich bin Hauptnutzer des Accounts. Müsste ich eigentlich auch machen. Hier mal Nachbarn fragen, dass sie währenddessen weiterspielen. Dann komm ich schneller zu. Hier kommt alle rein, alle rein. Freibier, könnt aber spielen. Mach mal Punkte. Nach einer Woche. Ja, und nachher machen sie dich zum Größten. Zum Größten? Nup. Keine Punkte. Ach, nee. Alle, Foxy. Oh, das mit den Propellern. Das geht eigentlich noch, aber ich krieg immer... Die Propeller, die mögen mich. Ich krieg die immer ins Gesicht. Das ist ja voll die Mega-Karte, ne? Ja, zeigen. Los. Ich find das gut. Ich mag das, wenn die Karte nochmal gezeigt wird. Ja, ich bin immer so unbewältigt. Wie machen wir das eigentlich? Ah, so geht das wirklich? Los! Ich bin ganz vorne. Ich bin der in der Mitte. Da irgendwo. Ich bin reich. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Aua, du hast dich katapultiert. Ich muss immer ganz ehrlich sagen, ich springe immer in den richtigen Augenblick, aber ich krieg immer... Ich krieg immer von meinen anderen Kollegen, die weggeboxt werden. Das sind mal Leute ins Gesicht. Ja. Geh doch weg hier. Ich bin wieder hoch. Ich komme da nicht hoch. Jetzt. Nein. Ich bin durchgekommen, ohne die Gäste durchgemixt zu werden. Ach, Mann, steh doch mal auf. Steh doch auf, ich komme nicht hoch. Ich bin schon aus der Karte raus geflogen. Ich komme nicht mehr hoch. Denk kriegt den nicht hoch. Jetzt bin ich einfach über die Gummiro und Kuba geflogen. Oh, Leute, ich bin nicht mehr durchgekommen. Der Scheiße. Der ist nicht so ein Kackier. Los. Lauf, 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 lauf. Nein, nicht schon wieder. Wir müssen das hier durchschaffen. Ich habe echt kein Glück. Ich werde die ganze Zeit nur von der Wippe, äh, von dem Ventilator wischen. Was ist denn das? Ich bin scheiße. Was ist das denn jetzt? Ich bin nicht mehr. Das Spiel ist mocht mich so. Das hat mich immer lange, gar keine, hat mir gar keine Chance gelassen, das Spiel. Nein! Nein, ich komme wieder zurück. Dex wurde extrem gepackelt. Padel, dafür ist die Eule haltet hier. Nee, Eule würde das gefallen, ja. Diese Runde wird nix für mich. Wo ist Dex? Hat er jetzt die ganze Zeit festgehangen? Weip ihn jetzt durch. Ja, Dex hast du gescheit. Ja, ich versuch's, 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 versuch's. Wo ist Dex? Du schaffst es noch, dass du es gut versuchst. Oh ja, der Letzte. Ja, sehr gut, Dex. Das ist Mobbing. Hast du das gerade gesehen? Ich wurde so oft geklatscht von dem Propeller. Sogar ich, ich habe es nicht mal geschafft, auf den Boden zu knallen. Nein, der Propeller hat mich nicht auf den Schuss. Diese scheiß Propeller. Gerade ist Gordon Freeman bei. Gordon Freeman ist dabei? Hallo Malik, hallöchen, guten Abend. Immerhin warst du schneller als das Wurstchen. Und Deyjay. Oh, Schwanz. Oh, wieder Team. So, jetzt. Jetzt zeigt er, jetzt zeigt er, jetzt zeigt er, dass er, dass er, dass er den Schwanz hat. Ich habe den wurschigsten. Habe ich aber was, einen Schwanz? Ich habe, ich habe noch keinen Schwanz. Ich muss mir den Schwanz klauen. Ich habe einen. Ich gehe mal zu Team Blau. Die haben den dicksten. Ey. Ich habe keinen mehr. Mir wurde nicht ganz geklaut. Ja, du kannst doch deine Tasse, aber was soll das? Ich habe einen Schwanz. Ich habe auch einen. Nein, nicht mehr. Mir wurde schon wieder von meinem. Ach nee. Manchmal verstehe ich dich nicht. Manchmal hält man die Leute nur fest, anstatt ihnen den Schwanz klauen. Hab nicht mehr. Du kommentierst gerade, du kommentierst gerade mein, mein Geschehen. Finde ich voll lustig. Hab einen, hab keinen. Hat er einen. Ich kriege es. Manchmal verstehe ich das nicht ganz, wann man einen Schwanz legt und wann nicht, weil ich greife, aber er hält ihn fest, anstatt ihn den Schwanz zu nehmen. Ich habe mir meinen Schwanz wieder weggeklaut. Warum hältst du mich fest? Ach, der Rafa. Äh, weil er nicht eigentlich die anderen festhalten wollte und verhindern wollte, dass sie unseren Kollegen den Schwanz wieder... Ab ein. Auf. Bin dabei. Noch schneller. Wir sehen nix. Nein. Ja, ich hab auch einen. Und vor allem hab ich Team Blau eingeklaut. Nein. Vor allen Dingen... Äh... Wir fliegen nämlich gerade raus. Nicht mehr. Ich hab einen. Heck mit euch. Das ist meiner. Nein. Ich hab meinen Schwanz wieder und der ist buschig. Ich hab ihn. Ich hab mit Team Blau geklaut. weggeklaut. Weggeklaut. Mein, mein eigener Teammate hat mir gerade meinen Schwanz geklaut. Das hast du. Warum klaust du mir meinen Schwanz? Ich möchte sie ihn wiederhaben. Nein, das ist egal. Was viele Leute? Was viele Leute? Was viele Leute? Das ist egal. Hauptsache, wir haben... Wir haben unsere... Unsere Kollegen haben alle... Wir haben die meisten Schwänze. Wir haben die Dichsen die meisten Schwänze. Wie wurde meiner gerade geklaut? No, no, no. Hab meinen Hauch. 3, 10 Sekunden. Wir fliegen raus. Verteilige Meilen. Weg. Da wurde mir geklaut. Komm, jetzt geht's noch. Oh, oh, oh. Wir fliegen nicht raus. Oh, nein, 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 nein. Team Gabe hat ganz viele Schwänze. Nein, 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 nein. Oh, oh. Juhu. Ich glaube, der geht mal wieder auf. Na. Ich hab gerade eine lustige Geschichte zu erzählen. Du hast den Schwanz verloren. Nein, das nicht. Mein Freund ist äh, gerade unterwegs und der hat mir gerade den Spahn eigentlich geschickt. Na. Kennt ihr diese Toiletten, äh, die man, so, diese öffentlichen Toiletten, die bei einem eine gewisse Uhrzeit schließen um 22 Uhr? Nein. Gibt's hier in Hamburg zu Hause welche Toiletten? Das Ding ist, äh, er kommt gerade aus der Toilette wieder raus, war die Tür zugeschlossen. Naja, er hat jetzt auf den Notfallknopf gedrückt. Der Notfallknopf hat nicht... Frau Garten, gute Nacht. Danke, dass du dabei warst. Also musst du die Polizei raus holen oder was? Ja. Oh nein. Weil das, äh, der Notschalter von dir nicht funktioniert. Oh mein Gott. Äh, macht ihr bereit? Oder, die war hier? Ach so, ist das, ist das, ist das, ist das alle raus? Ach stimmt, wir sind heute in einem Team. Stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt. Sorry, Leute. Darf ich jetzt eine Frage über Arc stellen? Klar, ich glaube, ich bin kaum einen besseren Ort, wo du das machen kannst. Ich wollte gerade sagen. DJ, Mensch, das musst du doch wissen. Hallo Chiara. Meine Fresse, der arme. Pascal war das, ne? Pascal. Pascal, genau, ja. Das tut mir auch irgendwie leid. Da muss man drüber laufen. Also hätte Instagram-Story, hätte er jetzt mal eine Instagram-Story machen können. Eingeschlossen in der Toilette. Rafa. Er ist ja gut, schuldig. Das hat mich abgeteckt. Das kann ich Ihnen verstehen. Ich finde das nicht in Ordnung. Wir haben das Schwanzspiel verloren. Aber ich habe ja wenigstens noch einen. Ich habe immer noch einen grünen. Es hört sich nicht gesund an, aber ich habe einen grünen. Ich frage mich, was passieren muss, damit das nicht passieren. Razoner, guten Abend. Wenn was, was? Hä? Wie kann man das einstellen, dass man einen Shop hat ohne Mods? Was? Bone. Ein Shop ohne Mods? Was ist ein Shop ohne Mods? Ich glaube nicht, dass es geht. Ah, das geht von der Grundeinstellung leider nicht. Das heißt, da müssen eigentlich irgendwelche Mods drauf sein. Da müssen Mods drauf sein. Das ist Mods. Du hast irgendwas selber programmiert. Das kann man auch in der Indie machen, aber das Programmieren ist... Lydia, hallo schön, hallo Dino. Fierig. Also theoretisch, das ist möglich. Ich muss jetzt ehrlich gerade sagen, ich habe gar nicht die Frage verstanden. Ein Shop? Was ist ein Shop? Ja, das ist doch ein Shop. Das hatten wir am Tag noch mal zu überflexen. Für den Goldmessen, das ist doch. Kann man auch noch von dem einen Kreis runter. Oh, ich bin da reingeschubst worden. Von mir. War kein Scherz. Mann, stell doch mal auf, du Faulgei, du. Der liegt auf dem Boden und geht nicht mehr hoch. War kein Faulgei, sondern ein Faulgei. Das ist ein faules Saugei. Oh nein. Oh, was ist denn das? Was war das denn? Der hat mich beim Sprung festgehalten. Ich bin extra... Wow. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Aber das war Megatroll gerade. Was war das denn für ein A, B, C? Beim Sprung hat der mich festgehalten und ich bin dann in diese Lücke reingefallen. Aber du hast es doch geschafft, Dex. Ja, Alter. Ich nicht. Die Wurst war das. Hier der Typ Wurst hier neben mir. Du blöde Wurst. Bye, bye. Es geht wieder am Schwänzendino. Es ist immer das Gleiche. Dex hat sich wenigstens einen grünen Schwanz gekauft jetzt. Und dann ist das nicht so schlimm, dass wir auch mal das Schwanzspiel verlieren. Ich habe einen kurzen Pusch liegen. Ich auch. Nicht machen, wenn ich was trinke. Ich will hier nicht alles vollrotzen. Okay, Mordi tragen. Partner-Look. Oh, mein Gott. Bei Dex geht es immer um Schwänze und Murmeln. Was? Verhexten wir. Das verhexte ich. Du hast zwei Gegner auf einer jeder Seite, die verhexte schon. Und die Gruppe, die sozusagen am Ende noch übrig bleibt mit Leuten, nicht verhext sind, gewinnt. Und wenn du verhext bist, kannst du andere Leute verhexten, aber sonst musst du oppassen, dass du nicht verhext wirst. Du hast ja so viel verhext in einem Satz gesagt. Ähm, Lucario, weiß ich nicht. Rafa, ich kenne nur Raffas Nummer. Da. Also, Rafa und ich sind beide im blauen Team. Und Rafa und ich weiß, ob ich kenne Raffas Nummer nicht, deswegen. Also, Maus. Oh, oh. Nein, Rafa, das sind immer Raxen. Nein, ich hatte ja eine, eine, eine Gedingst. Ja, zwei Hexen, so vieles im Gegnerischen Team wie möglich. Ich habe mal natürlich einen von meinem Team ge... Äh, nein, was ist jetzt? Ja, aber ich war wirklich gerade unterwegs zu einem von meinem Team. Ja, oben auf dem Kreis sind ganz viele. Oh, jetzt bin ich aufgerext. Was heißt zwei, was heißt fünf? Ich schätze, zwei sind noch nicht verzaubert. Ja, bei der anderen Team sind es fünf. Da ist einer, da, direkt da, da ist das Jünchen. Das kann doch nicht wieder. Warum sind die alle heute in dem Held? Ja. Ja. Ja, Lucario, ich habe keine Ahnung, warum das nicht gekommen ist. Ich habe das, wie ich wieder erwischt. So, jetzt gebe ich den Fuß hier. Ich bin, ich warte darauf, bis es dringend kommt. Und da, das soll ich vielleicht schon mal hergeben. Oh, jetzt kommt Fußball, das merke ich. Oh, bitte nicht. Das ist jetzt Fußball. Wir folgen beim Fußball. Lucario, warum wurde mein Twitch-Abo nicht angezeigt? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Bist du sicher, dass es losgegangen ist? Aber nicht spammen, Lucario. Das ist schade, aber trotzdem nicht spammen. Ich bin auch ein bisschen rausgeflogen. Kann sein, dass ich vielleicht Twitch eher keinen Fehler hat oder sowas. Oh, ja, da kommt das, was ich ja gut kann. Oh nein, ich wollte dich auch gerne mal spielen. Da flogen. Bist du rausgeflogen? Mal ein bisschen rausgeflogen. Ich bin der, der die alle Leute festhält. Nee, komm her du! Irgendwann fliegst du dafür selber runter. Ich bin aber lustig. Ich wollte sagen, der Ex-Ammelt immer gerne schlechtes Karma. Das war knapp, das hab ich gar nicht gesehen. Es ist gut, dass du den Helm auffasst, aber es ist eine Tatsache, dass du den großen immer gegen den Kopf kriegst. Nein! Der ist runtergefallen! Nein! Was? Lebst du noch 6? Ja, das war gerade knapp, aber ich bin noch da. Schade? Nein! Schade, sogar gesagt! Ja! Jetzt hängt es an Dex. Ich will mal diesen Klimm den Berg zur Krone, möchte ich gerne mal spielen. Einmal, ich bin jetzt zu gut. Aber ich hab noch nie gesehen. Seit wann kann man eigentlich dieses coole, der Leutnant Bär hat so eine cooles Dings gemacht. Antwort an Lucario. Seht ihr das im Chat? Wie geht das? Ja, ich hab das gesehen, aber keine Ahnung, wie das geht. Wie geht das? Das ist cool. Ich glaub, wenn du auf die Leute... Tipptoe? Da war der Dex! 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 Links! Ich meine rechts! Fahr raus weiter vor! Ja, guck mal hier die Kerle! Ihr Würstchen! rechts! Ja, ja, ist klar, aber wir... Oh nein! Genau! Das wollte ich nämlich nicht! Nein! Das wollte ich nämlich nicht! Nein! Auf Dex! Auf! Jetzt prügeln sie sich da und werden... auf! 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 Ich glaub eine... ... kannst du auch rüberspringen! Sobald du ein näher dran bist, kannst du rüberspringen! Nein! Das ist scheiße gewesen! Die Wurst war einer schuld! Oh nein! Es gibt zwar keine Wurst, aber die Wurst war schuld! Alles hat an Ende! Du, ich bekomm als nächstes Schorts! Sehr schön.